Alle reden ja so groß von Digitalisierung und wir haben uns als Ziel gesetzt, dass alle Kolleginnen und Kollegen wissen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln können. Das heißt in unserem Fall, dass wir 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen wollen und sie sozusagen vorbereiten wollen dafür, dass sie sich selber den technologischen Veränderungen und den Veränderungen in Methoden an ihrem Arbeitsplatz stellen können. Und das soll halt auch heißen, dass wir nicht nur von lebenslangem Lernen reden, sondern es wirklich Bestandteil im Arbeitsalltag wird und so gesehen sozusagen auch ein Teil unserer Unternehmenskultur. Wie funktioniert das ganz praktisch? Die Initiative nennt sich TechUcation. Wir haben einen videobasierten Grundkurs aufgebaut, den man sozusagen durchläuft und wo man auch nach jedem Video nicht nur ein schönes Video geguckt hat, sondern auch überlegt, was heißt denn das jetzt für meinen Arbeitsalltag und was mache ich jetzt aus dem Thema. Und dann kann man danach sich sozusagen weiter spezialisieren in die Richtung, die man besonders spannend findet, wo man besonders viel lernen kann oder wo man auch sagt, das ist für meinen Job besonders relevant. Ja, und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr über das Thema erfahren möchte, guckt man am besten im Good Practice Bericht von Arcatec.